Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, Leute. Wir sind hier bei Portal 2. Äh, ne, so was mache ich auch immer, wenn ich Portal 2 spiele. Und das letzte Mal war ich ja überhaupt nicht mehr irgendwie bei Sinn, was ich da gemacht hatte, weil... Das war einfach letztmal nicht mehr, sagen wir es so. Ähm... Okay, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Und zwar, erstmal gehen wir wieder nach da drüben. Kann ich irgendwie an die Seite? Nein, kann ich nicht. Und so. Ist da unten noch eine? Achso. Das sieht so aus wie eine Plattform da unten, das ist schrecklich. Lass mal das so durchgehen. Aber wie geht es jetzt nochmal? Ähm... Wieso? No, no. Achso. Äh... Äh... Genau, ich... Ah, jetzt halt wieder, wie es geht, richtig. Hallo, ihr. Ähm... So, wir müssen es jetzt so machen. Äh... Sekunde, ne, ich ziehe es nochmal zurück. Ähm, wo ist jetzt der... Hä? Der Knopf war doch gerade auf der anderen Seite. Fuck. Okay, ähm... Und zwar, wir lassen es jetzt nach da oben laufen. Und dann lassen wir es durchs Blaue da drüben hinlaufen. Und jetzt so. Und jetzt fließt es da so schön rüber. Und fällt runter. Ha! Ha! Jetzt habe ich es geschafft. Ha! What? What the f... What the fuck? Der hat ein bisschen rumgewaggt, habe ich das gesehen. Blablablablablabla. Ähm... Wenn ich das hier mache... Achso, nach da drüben muss ich. Äh, okay. Hätte ich dafür einen Turm gebraucht. Ne, glaub nicht. Aber wie lange hält denn das? Dass es offen bleibt. Achso, ja. Das ist ein Aktivierungsding. Ähm... Mit was können wir nach da drüben? Können wir einfach... Ja, wir können hier einfach drüber laufen. Ähm... Wir wollen nach da. Was haben wir? Wir haben jedenfalls keine von denen. Wir wollen auf jeden Fall mal gerade drüben. Mit einem springen. Ja, da müssen wir uns aber von irgendwo weit oben runter springen. Ist hier unten irgendwo eine landende Fläche irgendwie. Nein. Dann werden wir uns hier hin. Dann gehen wir uns nur so weit. Was wäre, wenn ich jetzt... Was wäre, wenn ich jetzt... Ähm... Aus dieser Höhe... Nein. Ah, fuck. Ich muss ja auch so weit springen. Ach, so dämme ich einfach schon wieder. Ich fang an Aufnehmen. Vier Minuten sind wir jetzt. Und schon bin ich wieder runtergefallen. Das skill. To OP. Kann ich es wieder runterlassen eigentlich? Na, kann ich nicht. Ähm... Von hier aus könnten wir... Ach was, versuchen wir was. Und zwar, wir gehen hier mit hoch. Gehen hier drauf. Gehen hier mit hoch. Und gehen hier so hin. Das wird niemals reichen. Das sehe ich jetzt schon. Jetzt hat... Naja. Das wird niemals reichen, aber... Obwohl. Oder muss man das mit denen hier? Nee, ich. Dass wir... Hier irgendwie... Uns so machen müssen. Oder so. Oder so. Aber es darf nicht wieder runter. Komm ich da drüben irgendwo... Hier oben irgendwo rein? Muss ich jetzt mal ausprobieren. Ob hier irgendwie so ein Secret ist. Aber wenn ich jetzt so mache... Das reicht. Das reicht. Du hast es gelöst. Ja. Wie schön für dich. Danke. Er ist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testabzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Yay. Die Kamera gefällt mir. Hui. Ne. Das machen wir jetzt nicht die ganze Zeit. Aber... Wie siehst du? Ich finde, man sollte einen Sprintknopf in Portal haben. Wäre doch schnell so toll, wenn man so wusch, wusch machen könnte. Obwohl dann können wir bei manchen Tests eventuell jetzt rausschneiden. Und das wäre dann schon langweilig. Ja. Lieber kein Sprintbutton. Aber ich glaube, das Spiel geht auch nicht mehr so lange. Sekunde. Gut, ich hab's ausschalten. Sonst hatte ich jetzt Angst, dass... Ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Yay. Auf die Zeit davon. Ihr könnt vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. What the fuck? Wieso ist hier so lange nichts? Ja, schon wieder. Wieso sind es immer 19 Kammern? Hallo? Wieso nicht 20? Immer 19. Wow. Hardes Test. What the fuck? Hä? Nein, nein, nein. What the fuck? Oh nein. Ich könnte hier jetzt runterflüchten, aber ich will nicht. Hä? Oh nein. Wir werden sie noch brauchen. Wir werden sie treffen, sag ich euch jetzt schon mal. Nein, 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 nein. Oh nein. Oh nein. Äh. Hier kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele schlitzeteile festgeschweißt an den glatten Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Am Ende sollen wir ihn auf dich feuern. Sekunden bevor sie dich zackwäckschen. Das ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Aber du weißt ja, gut Ding will Weine haben. Oh, und gib dir keine Mühe, mit Portalen inkommen zu wollen, das klappt nicht. Sicher? Wirklich? Nein, 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 nein. Mach das nicht. Du hast an alles gedacht. So läuft's bei dir. So läuft's. Ja, nee. Bye, bye. Ja, ich komm immer zurück. Das war sicher nur Spaß, ne? Mir fällt, wir sind die Kuchen. Ja, er hat kommen und gesagt, die... Du wolltest mich jetzt schon zweimal töten. Immer doch. Äh, will ich hier runter? Ich will hier runter. Ich glaube, ich will eigentlich hier ein paar Portalen machen. Oh, ich glaube, ich zeige euch, wie das geht. Und zwar, wir gehen jetzt nochmal hier hoch. Ähm, und zwar machen wir noch nicht hier ein Portalen. Also, ich flüchte doch mal weiter, ne? Mein Kumpel. Der mich schon zweimal jetzt töten wollte. Ja. Ich auch. What the fuck? Da ist ein... Da! Äh. Der Arme! Hä, wie soll ich jetzt hier rüberkommen? Achso. Wehe, ich fall jetzt da runter. Wehe. Oh. Ich hatte jetzt echt Angst, wenn ich da runterfalle. Was für ein Wichser. Der will uns einfach töten. Zwei kann man noch. Äh. Keine kann man mehr. Hahaha. Trollolololol. Wirklich? Wieso? Ich hab ihm nichts getan. Dafür wird er jetzt getötet. Ich hab die anderen, die so aussahen, wie er getötet schon. Wut? Ähm. Das läuft so nicht ganz. Ist ich stehen geblieben? Ich glaub schon, da ist ich stehen geblieben. Ich höre, es ist eine volle, aber der einzige Weg geht einfach los. Jo. Och nee. Die, die die letzte... Erst kürzlich noch kaputt gemacht haben. Sie bringen dich um, oder nicht? Oh, so schrecklich. Oh, ich sterbe gerade. Sie bringen dich in aller Stille um. Vermutlich würde ich mir zu denken. Guck, guck. Krieg ich von dir das Erzifffend? Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgereisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Ihr macht es hier gerade nur wegen dem Erzifffend. Wenn du aber noch nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Wenn du tot bist, gibst natürlich kein Stampfen. Und zweimal stampfen, wenn du nicht tot bist. Also nochmal zum Mitschreiben. Wenn du im Sterben liegst, einmal stampfen. Wenn du tot bist, vergiss das Stampfen. Und wenn du nicht tot bist, dann stampf zweimal mit dem Fuß auf. Ich würde es dir sagen, wenn ich tot wäre. Ist eine Frage der Höflichkeit, des zivilisierten Miteinanders. Darum, würdest du es mir bitte sagen? Immer doch. Okay, das scheint mir jetzt lang genug zu sein. Bist du schon tot? Wir schauen uns jetzt gestern an. Was steht da? Aha. Zerbrechlich. Aha, ich warte drauf, dass da irgendwo Kuchen ist. Wir nehmen die Kriste mit. Nein! Danke. Fuck dis. Braucht dis nicht. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bubel, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. GW. Und jetzt neue Geschütztürme. Voll Funktion. Ich glaube, die funktionieren. Die werden voll funktionieren. Ey, wenn du in den Raum voller Mondstein machst. Ich glaube, die können fly now. No, ich nehme ja einen mit. Hab Kumpel jetzt. Äh, müssen wir da... Nein, wir müssen da nicht runter. Bye, bye. Ja, machst du auch gut. Äh, wo muss ich jetzt sagen? Ich glaube, ich muss nach da. Oh, jetzt... Äh, nee, danke. Nö, nö. Ich sagte, nö. Denkst du dir, ich bin... Oh, ja. Dein... Riesenintellekt. So strong dein Brain. Ich erinnere mich an Wayne Busters. Das ist ein Anime. Nur da wurden die schneller gemacht und sind nicht klüger. Wann ist gegen Moriarty? Aristoteles gegen den Stamm eines Todes. Welcher ist da hinten? Der rote. Okay. Fack. Fack, ich hab nicht schnell genug. Ich hab... Oh. Hätte probieren müssen. Fack. Ich hab den Streuen-Moment versaut. Oh. Ja, dein Riesenintellekt. Also, wir merken uns, ich mach das rote. Darf mit dem roten dann flüchten, ja. Was? Aristoteles gegen den Stamm eines Todes. Äh, nö. Äh, doch. Ja, äh, fast schon. Äh, nee, weg da, weg da. Oh. Ach so, ich dachte, es trifft mich dann noch, wenn ihr so stehenbleiben. Tja. Ja, ich, äh, ich bin hier. Ich bin hier. Wirklich. Blindes Huhn. Und, na, ich... Boing, boing. Jetzt ist alles blau hier. Schön. Nee. Oh, 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 hat er es nicht umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Ja, voll, ey. Hallo? Ich bin voll tot. Oh, 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 ja, 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 alles klar. Ich kam da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Immer doch. Ich mach mich hier mein Portal hin. Einfach zur Sicherheit. Pff, nee. Ich denke mir dazu jetzt einfach nur, nee. Kann ich irgendwie weiter da drüben? Ja, ich weiß noch nicht, welches, ob es links oder rechts weiter war. Äh, ich täte gerne weiter. Nee, ja, da, okay. Wip. Ha. Ach, nee, auch, nee, auch, nee, auch, nee, oh, nee. Oh, nee. Hä? Was kann ich hier machen? Hä? Was kann ich hier machen? Komm ich irgendwo dahin? Weil hier hoch will ich definitiv nicht gehen. Boah, der ist ja nicht. Der ist ja schon schwer. Ich sag mir, die mitnehmen geht auch nicht. Sonst würde ich da so einen Beuging reinfallen lassen. Kann ich hier nicht nach oben gehen und irgendwas machen? Ja, das finde ich gerade eben noch nicht auffällt. Da würde ich hingehen wollen. Allerdings. Vielleicht muss ich es ja irgendwie aufschießen lassen von denen. Wenn ich hier so einen Portalen mache. Und da. Ich höre schon das andere wieder. Dass mich irgendeiner jetzt so hier anvisiert. Nee. Hä? Da oben. Zu behindert, um Sachen zu finden. Dieser Manuel. Troll, 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 Loll, Loll. Ey, ihr. Schaut euch das mal an. Und. Boom. Troll, Loll, Loll. Okay, weiter vorne noch. Und da noch einer. Und da ganz hinten noch einer. Komm, den treffen wir. Ja, nice. Nice. Ich gehe mal davon aus, dass wir damit richtig landen. Äh. Oh, falsche Richtung. Da, so. Gut. Ja. Es ist komisch hier. Ich will hier weg. Nein, komme ich nicht. Schade. Hm. Ja, weiter. Und ein Ladescreen. Aber ich glaube, das Spiel geht auch nicht mehr so lange. Also ein, also ein bis zwei Folgen sind jetzt. Hm. Ich glaube, ich weiß eigentlich noch, die ich aufnehmen werde. Maximal drei, weil ich bin mir nicht mehr sicher.